Musik Für das Team KIA Sachendorf bei mir jetzt Elena Wallner, die Siegerin der Starspringprüfung über eine Meter und fünf hier in der ersten Etappe in Gneving. Elena, wie war es für dich? Beschreib uns ein bisschen was, wie es für dich war. Ja, es war eben als zweiter Turnier heuer und für das ist es super gegangen und auch viel schneller als gedacht. Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Auf jeden Fall eine strahlende Siegerin hier von der ersten Etappe. Die weitere Saison, was hast du am Plan? Wie geht es bei dir weiter? Ja, in der weiteren Saison dann wahrscheinlich springen LM wahrscheinlich. Ja, wenn es geht. Dann wünschen wir dir hierfür viel Erfolg. Danke fürs Kommen. Alles Gute.